Boah, wo man hier alles... Oh, 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 nicht geil. Oh, nee, ne? Ich bin jetzt wieder ganz unten. Ah. Das kann doch jetzt nicht deren Ernst sein. So, hoch mit dir. Hätte ich das vielleicht mit dem... Boah, ich hätte das vielleicht mit dem... Mit dem Eispickel. Auf... Und erändern können. So, jetzt machen wir auf jeden Fall das hier. Äh, ziehen rechts und linke Maustaste um einen Seilsprung. Okay. Okay. Das ist... Gar nicht gut. So, gut, dass wir die Eispickel immer dabei haben und dass wir die so schnell immer aus dem Verborgenen holen können. Guck mal, da hinten haben wir noch was. Das Tomb Raider ist aber... Also es geht manche Passagen ziemlich, ziemlich ruhig an. Hat ihr den Jackpot geknackt? Ja. Alle möglichen Atefakten passt zur Beschreibung aus dem Sowjet-Infos. Hier müssen sie zu den Ruinen durchgebrochen sein. Schon Spuren von der Gefangenen? Keine Ahnung. Ich sehe nichts. Der Kontakt... Mist, jetzt bist du unten. Da müssen wir hin. Was? Okay. Gut. Den Weg laufen wir lieber nicht. Dann können wir machen den Weg. Das ist nicht so, wie wir uns da sind. Juhu, eine Kiste. Ja. Kommt jetzt mal weiter oben. MP-Komponente. Wunderschön. Aber jetzt habe ich mal immer nicht meine Bogen. Ich habe mal gerne meinen geilen neuen Boden. Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Er ist tot. Wir sind auf ihrer Flanke. Wir brauchen Verstärkung. Flanke? Feuer, schau. Ich habe Schuss. Er solltätigen Sie raus. Halt auf die Flanke. Äh, nein. Aua Äh, Pau 'n B- wir haben schön dass wir das ist. So. Schön, dass die einen das immer so vorher noch sagen. Dass man so richtig weiß. Ha. Wir haben nur noch einen. Danach ist alles erledigt. Na? Du hast doch bestimmt noch was dabei. Munition ist voll. Du hast auch noch was dabei. Natürlich auch noch was dabei. Ich tue das zum Ambiente. Ein Gittrich. Ah, das war ein Last-Gift-Teil, ne? Ja. Das war ein Gift-Teil. Gut. Wobei, ich frag mich, wie man nur auf die Idee kommt. So. Riesige. Lara, sind Sie da? Beide Komplexe zu bauen. Ich komm hier nicht weg, Lara! Sie müssen da! Mist. Das wäre fast zu einfach. Das mit meines Protokoll sehen. Ich glaube, da wurde der Safe erwähnt. schon dabei. Ja. Ja. Natürlich. Die sind doch mit Gasmasken unterwegs. Wieso sterben die dann, wenn die mit Gasmasken unterwegs sind? Kann ich den Safe öffnen? Ne. Ah, okay. Okay. Na? Brennt aber etwas stark, ne? Was? Ja. Hä? Nein. Ja. Ich bin der Safe. Wir haben die Feuer. Feuer frei. Weibere Feuer. Ja. Ah! 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 Geht doch. Geht doch. Geht doch. Nur du und ich. Ah. Ich glaub dir, wer ihr... ...seid. Alles voll gut. What? Ich bin hinter dir. Ich habe Sichtbestätigung. Tischen. Sofort. Ja, Sir. Ausschwärmen. Wir haben sie umgestellt. Ich bin gleich zurück. Wir sind einer weniger. Ich bin hinter dir. Ja. Ja. Gut. Gut. Pfeile sind... ...extrem gut gegen gepanzerte... ...zu. Ja, ja. ... 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 Wenn die so weitermachen, stürzt hier alles ein. Die Sowjets haben viele der alten Wege zerstört. Diese Maschinen sind nicht für Feinarbeit ausgelegt. Hey! Jacob! Sophia! Die Attrinity ist hier! Die Attrinity ist hier. Boah. Das war... Bin ich das wirklich? Boah, ein bisschen was. Oh Mist. Und jetzt? Gehen wir über... Ne. Aha. Nehmen wir die Lore. Und ich schiebe die Lore an, um darüber zu gehen. Um es mal aufzukommen. Let's see. Ein Kopfbesser. Cool. War natürlich super klug. Ah. 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 Ah, ice! Natürlich, ice! Ice ist immer gut. Da liegt was, da liegt was. Gut. Die Inschriften besagen, dass er ein mächtiges Artefakt mit sich führte. Einstweilen habe ich den normalen Minenbetrieb ausgesetzt. Ich will die Wahrheit über diesen mysteriösen Propheten herausfinden. Gut. Werden wir auch machen. Ich würde jetzt aber gerne mal... ...wird zwischendurch mal... ...hah? ... Wir haben jetzt schweres Gerät in die Haupthölle gebracht und planen uns Zugang zu einer Art Tempel zu verschaffen, auch wenn wir dazu die uralten Türen einreißen müssen. Während hunderte Artefakte geborgen und katalogisiert wurden, sind zwei Wachtrupps in den Minen verschollen. Ich habe die einheimischen Gefangenen persönlich verhört. Sie beteuern nichts über den Verbleib der Wachen zu wissen. Obwohl wir sie hart bestraft haben, fürchte ich, dass wir kurz vor einem Aufstand stehen. Ja. Aber... ...wir sind am Feuer. Ich hoffe nur, Jacob lebt noch. Ich weiß nicht genau, wo ich bin. Das wird zusehends zu meiner Lebensgeschichte. Ich kämpfe ums Überleben, aber trotzdem... ...habe ich Hoffnung. Hier sind überall unglaubliche Ruinen. Das muss ein Teil der verlorenen Stadt des Propheten sein. Aber was ist noch wahr? Die göttliche Quelle. Könnte sie wirklich hier sein? Pistolenbeutel-Munition. So, und... Waffen-Upgrades. Na? Ein Bogen-Upgrade ist nie zu... ...Russfrequenz. Erhöhte Schussfrequenz. Erhöhte Munitionskapazität. Nachladegeschwindigkeit. Das wird... Das wird... Also ich glaube nicht, dass wir... ...jewals... ...irgendwie davon... ...etwas bauen können. Naja. Egal. Egal. Erstmal Bogen. Bauen. Upgrades verfügbar. Ja, natürlich. Fussfrequenz. Zack. Den noch. Pistole. Fussfrequenz. Können nicht mehr. Jut, jutsch. Jutsch. Und ich würde sagen... Das Lesen... Das Wandbild zeigt den Propheten, wie er in Konstantinopel predigt. Cool. Ich habe mein Griechisch wieder verbessert. Ja, und ich würde sagen... ...damit... ...ähm... ...speichere ich hier. Und zwar auf Leer. 23 Prozent. Ist eigentlich schon recht wenig für... ...die... ...5 Stunden, die wir jetzt hier ausspielen. Aber ich würde sagen, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!